29. Hallo Herr Frahm, ich stecke in einer negativen Situation fest. Was kann ich tun? Love it, change it or leave it, sagt man so schön. Das heißt, wenn Sie es nicht verändern können, dann versuchen Sie es zu lieben. 28. Hallo Herr Frahm, haben Sie gute Filmtipps für mich, um aus der Matrix auszusteigen? Ja, Last Samurai, der mit dem Wolf tanzt, Wag the Dog und Matrix natürlich, aber da bitte nur den ersten Teil, denn die anderen beiden waren einfach nur Abschau. 27. Hallo Herr Frahm, wie kann ich schnell abnehmen? Wenige essen, viel Sport machen. 26. Hallo Herr Frahm, wie kann ich schnell Muskeln zunehmen? Viel essen und trainieren wie eine Ochse. 25. Hallo Herr Frahm, wie schaffen Sie das eigentlich, so eine positive Ausstrahlung zu haben? Üben, üben, üben. 24. Hallo Herr Frahm, was kann ich gegen dieses Gefühl der inneren Leere tun? Erkennen, dass Sie schon immer vollständig waren und dass Sie das nur glauben, diese innere Leere, weil Sie es erzählt bekommen haben. Und gleichzeitig bitte Eckart Tolle rauf und runter lesen. 23. Hallo Herr Frahm, welche Eigenschaften achten Sie für ein gelingendes Leben als besonders wertvoll? Vor allem seine eigenen Bedeutungen zu vergeben, anstatt die offiziellen aus der Matrix zu übernehmen. 22. Hallo Herr Frahm, waren Sie eigentlich schon immer so, wie Sie jetzt sind? Nein. 21. Hallo Herr Frahm, ist unser Finanzsystem eigentlich auch Teil der Matrix? Absolut, das ist sogar ein ganz großer Part davon. 22. Hallo Herr Frahm, wie mache ich bei einem Date bei Ihr Zuhause meinen Move? Einfach ranrücken und küssen. Einfach machen und dann jedes Ergebnis akzeptieren. 19. Hallo Herr Frahm, wenn ich eine Frau sehe, die ich ansprechen will, aber einfach Angst habe, es zu tun, was soll ich dann machen? Tun Sie es trotzdem, wenn es geht. Abfuhren bedeuten nichts. 18. Hallo Herr Frahm, mein Freund antwortet teilweise stundenlang nicht auf meine SMS, was soll ich tun? Gar nichts. Akzeptieren, was ist und gleichzeitig den eventuell vorhandenen eigenen Kontrollfreak-Anteil bei Ihnen mal ein bisschen überprüfen. 17. Hallo Herr Frahm, meine Freundin will sich mit ihrem Ex-Freund zum Essen treffen, was soll ich tun? Gar nichts, außer ihr viel Spaß zu wünschen und selbst einen coolen Abend zu verbringen. 16. Hallo Herr Frahm, ich habe ständig Angst, dass meine Freundin mir fremd geht, was kann ich tun? Realisieren, dass sie diesen Worst Case allein durch diese Gedanken schon längst leben und das Ganze dadurch auch noch verschlimmern. 15. Hallo Herr Frahm, wann landet man als Mann in der Freundschaftszone, wenn man zu nett und langweilig ist, der Frau wie ein Hund hinterherläuft und sich selbst dabei völlig vergisst. 14. Hallo Herr Frahm, ich bin wütend auf meine Eltern, weil in meiner Kindheit nicht alles immer glatt gelaufen ist. Bin ich deswegen eine schlechte Tochter? Nein, das hat meines Erachtens jeder, daher Wut bitte konstruktiv rauslassen, anstatt in sich reinfressen. 13. Hallo Herr Frahm, was müsste die Menschheit tun, damit irgendwann mal sowas wie Weltfrieden herrschen kann? 14. Ja, aufwachen, erkennen, was Kriege in Wirklichkeit sind, beziehungsweise wozu sie wirklich dienen und dann einfach nicht mehr auftauchen, nicht mehr hingehen. 15. Hallo Herr Frahm, wie kann ich von ungesunder Eifersucht zu gesunder Eifersucht in meiner Beziehung kommen? Gar nicht, denn Eifersucht hat einfach nichts Gesundes. 15. Hallo Herr Frahm, worüber können Sie persönlich so richtig herzhaft lachen? 16. Zum Beispiel über Stromberg oder auch über Liam Neesons Auftritt bei Lives Too Short mit Ricky Gervais oder zum Beispiel auch über diese versteckte Kamera-Videos bei YouTube von Dennis Quaid. Dazu einfach mal googeln, Dennis Quaid ist hier. 16. Hallo Herr Frahm, wie kann ich eine Frau im Buchladen ansprechen? 17. Zum Beispiel sowas wie, hey, wie geht's, alles klar und schon gefunden, wonach du suchst? 18. Hallo Herr Frahm, was läuft bei einer Frau im Kopf ab, wenn sie einen als Freund abstempelt? 19. Ja sowas zum Beispiel wie, ach der ist aber nett und süß, aber irgendwie uninteressant. 20. Frauen fühlen halt einfach nichts, da ist null Anziehung da, das ist wie eine Freundin oder wie ein Hund, aber wenn Frauen einen Hund wollen, dann kaufen sie sich einen. 20. Hallo Herr Frahm, können auch extrem gutaussehende Männer in die Freundschaftszone abrutschen? 20. Ja, natürlich geht das, als ob alle gutaussehenden Typen automatisch immer Erfolg bei Frauen hätten. 21. Hallo Herr Frahm, ist NLP nicht manipulativ? 21. Im Grunde genommen ist alles manipulativ, Kleidung, Schminke, Haare kämmen und rasieren, 21. Jedes Wort aus ihrem oder meinem Mund ist im Grunde manipulativ, weil es eben beim Gegenüber eine Reaktion bewirkt. 22. Die Frage ist dann nur, wie setzt man es ein, setzt man es positiv oder negativ an? 23. Hallo Herr Frahm, was haben Sie eigentlich immer gegen Ihren Verstand? 24. Ich persönlich habe da nichts gegen, solange man ihn als sinnvolles Werkzeug einsetzt und gleichzeitig aber den gestörten Teil des Verstandes, also das Ego, weglässt. 25. Hallo Herr Frahm, wird der Euro zusammenbrechen? 25. Ja, ich denke schon, das ist wohl leider unausweichlich. 26. Hallo Herr Frahm, was ist eine gute Frage, die ich mir regelmäßig stellen sollte, um im Leben voranzukommen? 27. Zum Beispiel, wenn Sie irgendwas machen, können Sie sich fragen, was wäre hiervon das nächste eure Level? 28. Oder generell die Frage, wenn es keine Chance auf Misserfolg geben würde, was würde ich dann machen? Wie wäre mein Leben dann? 29. Wenn man aus der Matrix ausgestiegen ist und komplett frei ist, kann man dann überhaupt noch lieben? 30. Ja, dann sogar bedingungslos, ohne diesen ganzen gefakten Hollywood-Quatsch. 29. Hallo Herr Frahm, wenn man aus der Matrix ausgestiegen ist, 30. Darf man dann überhaupt noch trauern? 30. Ja, natürlich darf man auch noch trauern. 31. Hallo Herr Frahm, wie kann ich dankbarer sein für das, was ich habe? 31. Indem Sie sich ganz einfach klar machen, dass Sie persönlich das schnellste von 400 Millionen Spermien waren. 31. Und jeder einzelne Ihrer Vorfahren ebenfalls. 31. Das heißt, wenn also vor 70.000 Jahren einer Ihrer Vorfahren beim Jagen zum Beispiel umgeknickt wäre und deshalb eine halbe Stunde später nach Hause gekommen wäre, um ein Kind zu zeugen, dann wären Sie jetzt heute wahrscheinlich nicht hier. 31. Und das heißt, seit Anbeginn der Zeit hat alles zu 100% klappen müssen, damit Sie und ich heute hier sein können. Und dann soll ich mich jetzt darüber aufregen, dass mir jemand irgendwie die Vorfahrt nimmt oder dass meine Freundin auf einmal einen anderen Mann attraktiv findet oder sowas. Nein. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.